hallo leute was geht ab herzlich willkommen auf meinem kanal zurück ihr werdet heute ein unglaubliches gameplay sehen in tdm ihr habt ja gesehen habe ich vor ein paar tagen 70 kills gehauen dieses mal habe ich die 70 kills einfach nochmal gesteigert und bin in der nähe von korean savage der glaube ich vor vier wochen in tdm den welt rekord gemacht hat wie viele kills genau könnt ihr euch gleich in ruhe angucken das ganze ist mit der m8a7 und jetzt einige von euch sagen die gibt es gar nicht die schwertfisch hier in dem game ist 100 prozent die schwer die m8 es ist zu 100 prozent dieselbe waffe ihr habt die möglichkeit einen agenten mod drauf zu tun ihr seht die klasse genauso wie ich sie gespielt habe genauso spielt ihr sie dazu nimmt ihr crash und dann haut ihr die streaks raus und brecht den welt rekord in tdm alleine gespielt und ich habe mehr als drei viertel aller kills komplett alleine diese klasse ist unglaublich und wenn ihr mich fragt ist es mittlerweile eine der stärksten waffen im ganzen game eigentlich spricht das ganze gameplay für sich selber guckt es euch an habt viel spaß dabei ich bin raus haut rein was das für ein start man dricks dschungel aber ich glaube sie gut aus letzte runde war die schon gut mein gott kommt 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 stirbt doch mein gott alter ja komm wahnsinn wahnsinn jedes mal fünf oder sechs oder sieben hp den schießt ihr denn da okay da nicht keiner pickt mich keiner pickt mich sehr schön drinnen was macht ihr denn da okay den habe ich seschen komm 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 ok das ist der vierte 375 vorhin streaks ok komm geht da ist noch einer komm zeig dich sehr schön weg oh 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 mein gott alter sieben leben gebrich so und schon sind die streaks da leute so easy und entspannt ist das einsatzteam treasure kampfheli na komm zeig dich nochmal natürlich nicht alter er hat wieder fünf oder sechs leben das kann nicht sein aha hier ist die überraschung für mich na los einsatzteam komm spring nicht so wie ein frosch oh mein oh mein gott was für ein scheiß chaos jedes mal wenn die streaks oben sind man hört nichts mehr man sieht nichts mehr aber sie machen kills hier haben wir doch wieder kundschaft meine freunde kundschaft hier drin so wie immer beste mit barrikade stolperminen noch ein stacheldraht hinterher ist trotzdem die m8 ins gesicht zeigt ich zeig dich entweder kommst du her oder das einsatzteam kommt zu dir 1 von beiden du hast die wahl nach komm okay nur das einsatzteam so soisation ist ist so glas gnadenlos glas was macht er denn hier komm komm zwei kill zu den nächsten streaks jetzt gehen wir so einen scheißweg hier lang wahrscheinlich eine barrikade da kommt mit sicherheit keiner guten tag kuncha wir haben wieder kuncha oh mein gott ich bin so eklig hier drehen so eklig sehr schön stricks 45 zum einsatzteam ich hab dich gesehen ich hab dich gesehen oh mein gott hat er ein scheißglück aha hund drecksköter so der hund ist weg ui 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 ich puste dich ich puste dich ich puste dich und weg bis zum guten tag so alter streaks gehen so rein auf was sind wir jetzt 18 19 20 irgendwie sowas ok hier ist der spawn links oder rechts rechts ui 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 unser reiniger unser reiniger guten tag sehr schön oh digga diese barrikaden so ich gucke nicht auf scoreboard ich gucke nicht auf scoreboard ziel ist ganz klar wieder 70 dafür brauchen wir noch einmal jetzt die streaks dicke lass mich in ruhe lass mich in ruhe double headshot kurz vor der new hook kam für dich gar nicht rufen jetzt ist das für eine zerstörung Noch einer ist hier keiner mehr hier ist keiner mehr 73 31 na komm 500 guten tag nein 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 scheiß schrotflinten mann ich brauche noch ein paar kills komm zeig dich zeig dich nice er läuft weg er läuft eiskalt weg oh mein gott 80 wir brauchen noch ein paar kills 70 können wir locker schaffen wo sind die denn jetzt hier ist keiner hier kann keiner sein oh guten tag ja ja 69 komm ein noch oh heli mach nen kill mach irgendeiner nen kill von euch streaks komm schon yes 70 und jetzt alles oben drauf zeig dich sind die schlecht kommt das bot zeig dich hat er mich erschrocken komm 4 kills sind übrig wir wollen alle 4 haben sehr schön tötet meine teammates komm wir können alle 4 haben 1 zählt dazu 2 alter wieder 5 oder 6 hp vielleicht auch nur einen oder einen halben na komm 3 kills gibt es noch einer für schäppi na komm gib mir noch einen 76 7 scheiße ich liebe die schwertfisch so eine geile waffe todes aim und hier habe ich ein bisschen verzogen aber es ist die kacke wenn da zwei leute drin sind kriegt ihr jedes mal aim assist auf beide und dann shakert das so ein bisschen 76 von 100 kills das sind 76 prozent scum challenge ist 70 prozent ich glaube das geht klar alleine also wenn das kein like verdient hat und vielleicht ein abo wenn ihr neu auf dem kanal seid dann weiß ich auch nicht lasst auf jeden fall ein like da spätestens an dieser stelle ihr hättet es auch schon vorher machen können aber am ende geht es auch ich hoffe es hat euch gefallen und nachgewicht ich bin raus haut rein ich bin raus 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 ich bin raus